dann bauen die erst mal was ist hier los ein täler weg warum wo ist er hin mein gott wo ist der auf einmal hin cool das haben sie fertig gebaut müssten eigentlich jetzt das bauen gespeichert er ist voll das ist mir bewusst ich denke mal deswegen tragen die auch nichts mehr rein deswegen habe ich jetzt die fischer etwas etwas entlastet weil ich gar keinen platz dafür habt für das ganze essen ich hoffe mal dass die bilder aus meinem wald hier dass die dann wenn wenn die dann noch andere sachen zu bauen haben das ist nicht mehr so ja keine ahnung 184 richtig eine menge sieht die stadt nicht friedlich aus mit diesen ganzen gefriert zeichen eigentlich aber die hat 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 ja was wir machen ja ich weiß dass es voll ist mein gott ihr habt den ganzen markt könnt alles rein schiffeln die ziel braun ewigkeit um das ding hier zu bauen hier um die ganzen steine 87 von 130 schon gesammelt krass oder sechs loks sind ja drin das video gut kann er los nicht alles rum machen tun sie trotzdem nix unverschämtheit also mittlerweile auch ja ist mit denen sechse zwei voll ist mir klar ich weiß dass man hier lebt von uns hat ja noch ein zweiter gelebt ist ja gestorben vielleicht krieg ich wenn die die sterbemeldung krieg ich vielleicht erst dann wenn friedhof steht wofür ich auch wieder extrem viele steine brauche stein abbauen komm komm mal am besten alles ganze holze vorm haupt zurzeit eh nichts zu tun ich hoffe mal das zeug verfault nicht oder sowas in der art ich hoffe ich hoffe ich hoffe ja 74 prozent dauert ganz schön guck mal der tut extra hin das stein hin tun ne von da hinten irgendwo dahin laden da wieder abladen dann irgendwo dorthin hä hä hm 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 ist hier lo, lox ist lo ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das hm das ist doch mal anstrengend hm 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 ich denke ich, dass die sterben und dass ihnen dann dafür keine ja holz wird wohl kaum gelagert ankommt es wird kaum passiert wo sind die ganzen wo sind die ganzen farmer wo sind die ganzen farmer was seid ihr für typ farmer ach die bringen die ganze sterne ok 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 hab ich echt hier diesen ganzen haften befohlen ach nur hier so hm hm also da haben wir ja bald mit mit ja speichert hm 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 ist voll 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 hm 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 ach das ist so ärgerlich teilweise da kommt nicht wirklich was voran ne ich will erstmal die hauptsachen gebaut haben das ist dann desto mehr häuser desto mehr menschen desto alles desto schneller geht das alles da fährt den baum einfach mal um wie er lustig ist hm ok 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 das ist auch kein stein das ist hier gewonnen die es ist nicht abgetragen haben ja struggled eben nicht na gut da haben sie wenigstens bisher was die tun von den ganzen herren die ganze steine besonders am ausreichen ist doch krank so viele steine gibt es doch gar nicht hier 18 16 loks 16 loks hallo was machen wir wutgatter pause oder was achte hier ich will mich verscheißern los wir haben 24 holz und passiert nix oder 16 ja gut ich verstehe wenn die jetzt das ganze holz für die ganzen bauarbeiten hier zum beispiel nach die schleppen dass die händer ist hierhin ausgerechnet hier jetzt gleich fertig das ding kann ich den klima umschalten tue ich mal ich gehe hier ach das ist fertig cool ja ist voll es ist mir klar mein gott mein gott mein gott ok dann haben wir die ganzen holz eigentlich alles leer das ist alles schon voll gebaut das ist schon ein bisschen was es geht voran hätte ich nicht gedacht und das wird irgendwie nicht leer obwohl wir hier ein bisschen häuser haben die was fordern wollen ne denken wir jetzt jedenfalls sieben nehm drei war da einer lebt ihr noch alleine komm raus verdammt häuser 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 wir leben da eigentlich von mir ach alter students kinder vier kinder hm ok also das essen reicht schon noch anscheinend oh die hier schon ne hä ach hier wollen die ok 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 das ist eigentlich schon ein bisschen ein fürster eigentlich die ganze zeit los sind eigentlich noch kappen da ja auch noch sechs typen die ganze holz packen und es wird kaum holz geliefert also nicht wirklich viel jedenfalls aber 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 es ist alles so ein 400 limit hm 500 was macht der steht nix drinne holz 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 oder fischer wenn man denkt dass ich hier so zwei leute ab abgestellt habe von den fischertypen das ist eigentlich schon gut gelaufen verführte nahrung her so eine das ist eigentlich nur das w w w w w w w w w